Ich sehe mit Sorge, dass die Sozialdemokraten in der Großen Koalition nach der Pfeife der CDU tanzen. Ich wünsche mir, dass das, was sie inhaltlich andeuten, umgesetzt wird. Und ich wünsche mir, dass es endlich wieder Auseinandersetzungen gibt. Denn wenn klar ist, dass die Linien der Parteien unterschiedliche sind, dann wird das auch für Wählerinnen und Wähler attraktiv sein. Ich möchte in unserem Land mehr soziale Gerechtigkeit. Ich möchte im Gesundheitswesen eben dafür sorgen, dass endlich keine Zweiklassenmedizin mehr da ist. Ich möchte, dass endlich Kinderarmut bekämpft wird. 4,5 Millionen Kinder in Armut ist doch unsäglich. Da müssen wir ran, gerne mit Sozialdemokraten und wer auch immer mitmacht. Aber so etwas wächst nicht durch das Reden von Spitzenpolitikern, sondern es muss aus der Gesellschaft wachsen, das muss von unten wachsen. Da können wir einiges tun.